Ach hier du, da Amerika, da wird sich nicht mehr verriegt hier du. Ach hier, das haben sie hier da, was haben sie hier gemacht da, da kockt du, blockt hier da. Das ist der Schwanz irgendwie gesperrt, was weiß ich hier. Darin nicht mehr pinkeln oder was hier du. Keine Ahnung hier, das ist ja jeden Tag was anderes hier, verriegt ist du. Das hält zum Kopf nicht aus hier, was die sich da einfallen lassen du. Wie kannst denn dem jetzt da hier das Schwanz sperren? Wie geht denn das? Ja du, das darf nicht wahr sein du. Das ist der Allerverrückte hier du. Oh ja, mal gucken du. Geh ich mal da rüber, USA du, mal gucken hier, vielleicht kann man da was machen da. Ich will was klären hier du. Kommt das vom Kaugummi oder was hier, von der Hamburger oder wie du. Ich weiß es nicht du. Keine Ahnung du, was die da machen du. Oder weil die haben ja auch so viele hohe Häuser da. Da ist das vielleicht ein bisschen schlecht mit der ganzen Luft du. Ich weiß es nicht du, keine Ahnung du. Ach ja du. Sachen gibt's auf der Welt du, das gibt's gar nicht du. Bach du. Das ist ja früher alles gar nicht gegeben du. Schwanz sperrung. Was ist denn das so ein Schwanz sperrung? Gehst du zum Arzt? Oh mir geht's nicht so gut hier du. Ich hab eine Schwanz sperrung hier du. Tut er dich nicht klapse einliefeln du. Ach du meine Güte hier. Also macht's mal gut hier Leute hier du. Bis dann hier. Tschüss hier du. Ach du meine Güte.